Hoi Ryo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Was Stranded Auch wenn sie nassant aussieht mit Miri und Katze Hey Und Woa Löschen den Baum Schaut euch übrigens an das Stream Deck, dass du nie funktionierst, finde ich richtig tolle, ne? Dafür kostest du so viel Geld Miri, du weißt Ich hab Angst, dass wieder mein Inventar explodiert Oh, oh Woah Tschüss Miri hat die von Leonidas umnutzen lassen Oh, ich hab meine Pickaxe gefunden Mein Inventar, es kommt zu mir zurück Der Baum war ne dumme Idee im Übrigen, hab ich das Gefühl Ach was Nein, ich wollte das, was hat er getroppt? Willst du, was er getroppt hat? Ja, will ich Nein Hat er nicht seinen Stick getroppt? Nein Er hat nur seinen Schuh getroppt Ich bin Bums Oh Meins, 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 meins Ich krieg ein Inventar voller toter Büsche und du kriegst das Ja, ich find das fair Oh Lauf, lauf, der ist Lila Wir gehen zu meiner Baum Miri One-Man-Armee Dem glaube ich das sogar Ja, ja Wir gehen woanders hin Sehr gut, sehr gut Hier ist ein neuer Baum Miri Guck mal hier ist ein schöner Baum Das ist ein schöner Baum, ja Ich nehm den Baum Der Lila der One-Man-Armee ist wirklich Oh süß Hallo Pickles Pickles Oh nein Hast du Hast du Nein, ich hab kein Lasso mit Oh Pickles Das ist Glen Warum hab ich eigentlich immer so ein Pech? Du kriegst Pickles und ich krieg Glen Und ich klick Klick Warum leckt das? Katze, was machst du gerade? Ich weiß es nicht Wenn dann nichts an euch Ich stehe ja nur an unseren Maschinen Okay Miri, was machst du schon wieder? Ich geh erkunden Tschüss Glen Ich bin dran Bist du noch wie Blauli letzte Folge meinte Nein, nein, nein Dann nimm doch deine Gems raus Was machen wir jetzt? Dein Inventar ist voller Wolle Willst du euch die ganze bunte Wolle mitnehmen? Wohoh Man wäre sonst nicht wirklich Wolle Mhm, das ist mir so wichtig Du bist Ja, für manche Maschinen ist das wichtig Was war das? Warte Oh nein, es braucht sich irgendwas Was zur Hölle? Du hast ein riesiges Spinnennetz um dich rum Komm zurück Miri Du fliegst Du kriegst Eiswürfel an deinem Kopf Komm hierher Wenn man das auch ist Das sieht nicht gut aus Miri hat lauter Eiswürfel im Kopf Erste Das ist irgendwie ein Spinnwebennetz Was sich hier vor uns aufgebaut hat Guck mal Im Chat Was ist denn das? Stand String Ja, ist toll So, dann müssen wir gleich wieder hin Jetzt müssen wir uns mal gucken Gut, wir haben davon ein bisschen was Vielleicht gehen wir wieder woanders hin Nimm mal ein paar Strings mit Wer weiß Ich glaub wir haben nicht mehr so wirklich viel im System Ich glaub wir haben gar keinem System Strings meinst du? Ja Mehr haben wir nicht Brauchen wir nämlich immer mal wieder Ja, jetzt haben wir ungefähr 1000 Das ist Naja, wir wissen auf jeden Fall jetzt wo wir Nachschub kriegen Ohne Probleme Auch unsere Mobfarben kommt nämlich kaum das Spinnen an Das ist das Problem gewesen Okay, wir müssen zuerst in die Mana Generation Okay Miri, du bist oder ich? Du? Die Strings waren ja natürlich wieder meins, weil es scheiße war Oh, Eisenrüstung Oh, Eisenrüstung Spannend Nicht Dann ich Ja Sparta? RIP XP Nein, meine XP sind gegangen RIP ist Sparta Irgendwie, Chance Cubes öffnen ist nicht so meins Warte, jetzt ich Guck, du kriegst immer die guten Sachen Geh los, komm weg da Oh nein Nein Hast du den Acker? Natürlich brauchst du auch Boah, der alte Schilder Boah, der alte Schilder Boah, der alte Schilder Wo bist du? Kiwi, hier rübergeflogen zum alten Baum Der blaue ist weg Wo ist er hingegangen? Da ist noch der Schuh Äh, ich bin Ja, nein, eigentlich nicht Ist egal, du bist Zeug 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 Das geht Ich krieg das nicht Und auch dahinten liegt alles Zeug 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 Pumkin Pie Ah Ich bin normale slimeballs 11 und 32 von den vierer blöcken und fünf von den neuner blöcke achtung cool der ist aber kaputt fast aber wir haben einen repairer geil das sind das sind fledermäuse drunter wir lassen sie in ruhe wir gehen die drüber auf den anderen baum hat gerade überlegt hier ist schöner dass die mobs fliegen verfolgen sie mich adler wollen fliegen head or tails kopf oder zahl tschüss baum wer hat richtig gecallt meine mutter jetzt ich der dafür dass die von geklärt wurden kriege ich jetzt wieder hey nein die zikaden die singen schon wieder dieses zeug du willst nein 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 niri verdrinnen nein die power of math das gefühl kenne ich das ist mir oft in der schule passieren ja du musst die ender perle aus meinem ehren wieder herkommen kann ich damit durch dimensionen oder muss ich erst? Kannst du, kannst du. Das ist voll gut. Was? Also kann ich? Das ist voll gut. Ja, kannst du. Ist das Ding weg? Ja, ist es. Okay. Ähm, dort. Irgendwas. Au. 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 So, ich bin. Hast du dein Jetpack wieder an? Kannst du fliegen? Ja. Nein. Nein, flieg weg. Flieg weg. Aber hier drüben ist ein schöner Baum. Wollte ich noch mal zu, eh zu einem anderen Baum. War ein Poisonous-Effekt. Das ist gar nicht so lustig. Ich bin es zum Schießen. Miri, Miri, es ist los, Coco. Tschö. So leid. Dankeschön. Oh, der Baum kommt mir bekannt vor. Nein. Tschö. Nicht kaputt machen, wollte ich gerade sagen. Ich habe das nicht angepasst. Du hast nicht gehauen. Nein, habe ich nicht. Bestimmt. Ich bin rückwärts davon geflogen, weil ich nicht wusste, was das ist. Und dann ist es in meinem Gesicht explodiert. Oh, süß. Du hast das gehauen. Ja, das war ja auch jetzt ein normaler Creeper. Den darf ich hauen. Oh, ein goldener Apfel, der ist cool. Der heißt Notch. Der Apfel. Oh. Ein Notch-Effel? Krass. Oh nein, Huni, oh nein. Du hast es gehauen. Oh nein, einfach so. Wasser, Wasser, noch mehr Wasser. Oh, guck mal, da ist so ein ... Oh, ja, ich sehe es. Oh, er kann dich nicht leiden, im Übrigen. Merk's. So, er hat leider doch nichts. Ja, er wird aber werben. Wo ist er hin? Weil er ein Land ist. Günter Lahm? Wo ist er hin? Hier unten. Oh, süß. Der Guardian ist ein Land und kommt da nicht klar. Und tschüss. Das passiert ihm wahrscheinlich nicht oft. Ich glaube auch. Ist er tot? Oh, du armes Ding. Kommt du nicht klar an Wasser, an Land? Ach, da. Süß. Au, was tust du? Oh nein. Es hüpfen weg. Es hüpfen weg. Wie ein Fisch. Wie ein Fisch an Land verhält sich der Fisch an Land. Hier sind mehrere von denen. Blubber. Blubber, 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 blubber. Ah, egal, mir, ich komme weiter. Lassen Sie unten bleiben jetzt direkt. Hast du noch einen Schatzcube? Äh, ja, zwei. Autsch. Dann mach mal, ich habe nämlich keinen mehr. Sollen wir nicht von den Dingern ein bisschen weggehen? Ja, gehen wir ein bisschen in die Richtung. Hier. Hier zu der Hirsch. Ja. Bin ich dran? Ja. Ich habe keine mehr, also mach du. Ach, du hast keine mehr? Bestimmt, du hast einmal zwei hintereinander geöffnet. Oh, was ist das? Was ist das? Äh. Das ist ein Geier. Wow, 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 okay, nein, danke. Hier, bleib mir hier. Hier ist schön. Komm hier hoch. Ich bin hier. Warum bist du nicht mitgegangen? Das hat ja mich angegriffen. Komm, du zu mir. Ach, ich komme hier, warte. So, hier haben wir jetzt der Giant Cubes. Ah, nee, du hast noch einen. Nein, ich habe noch einen. Nicht schon wieder. Ah, da kommt ein Pfeil dazu. Jetzt habe ich es gesehen. Okay. Werd ich? Jetzt kommt was Großes. Wie viel hast du davon? 2. Okay. Wir haben einen Nether gebaut. Oh, klasse, den haben wir ja sonst nicht. Oh, nein, er baut uns zu. Er baut uns zu. Lass uns raus. Lass uns raus. Okay, nur ein Biotop. Komm rum rauf. Da ist sogar ein Garst drin, süß. Garst, du garst. Oh, süß. Okay. Hier, du darfst auch einen öffnen. Feuerwerk, Feuerwerk, Feuerwerk. Feuerwerk. Ich hatte den besseren. Richtig. Oh, guck mal, ist das nicht romantisch. Nein. Es ist vor allen Dingen laut. Hört das auch irgendwann wieder auf oder bleibt das jetzt für immer? Ich glaube, es ist fertig. Hast du noch was zum Öffnen? Ja, diese hier. Ihr müsst euch schneller verwandeln. Wer? Die Sachen da. Oh. Was war das? Wo bist du hin? Hier in der Luft. Pass auf, da sind ganz viele Empowered-Güter. Ja, ich weiß. Ich saß doch hier dabei. Bei mir war alles schwarz auf einmal. Ach so. Sie haben dein Augenlicht genommen. Hier, du bist. Ich habe echt Angst, dass wir diese Welt löschen. Und? Nein. Nein. Es ist ein Ofen. Es ist ein Pinkerofen. Der behinderte Scheiß-Generator. Letzte. Na, noch einer. Die stehe ich in meine Küche. Nein, den habe ich weggebrochen. Aber ist okay. Ist nichts gekommen. Na gut. Dann gehen wir zu Hause. Bist du schon fertig? Erfolgreiche Folge. Ja, schon. Was denn? Nichts, nichts. Da kam nichts raus aus dem Ding. Was ist noch gebrochen? Und das ist jetzt nicht mein Diablog. Ich sammle jetzt Diablog. Herzlichen Glückwunsch. Das ist andere sammeln Briefmarken und ich sammle Diablöcke, die eigentlich andere haben sollten. Ja, Katemiri hat voll den Hate abgerichtet, weil du ihr so ein Theater gemacht hast. Zwei Leute haben geschrieben, ich soll dir doch den Diablog geben. Das war voll Hate. Das war der krasseste Hate EU-West, ey. So was habe ich, das war echt fies. So, mit so viel Hate kommen die doch eigentlich nicht klar. Ja, das war schon nicht. Nächstes Mal bitte deinen Leuten sagen, sie sollen sowas nicht nochmal machen, ja? Ich meine, wir kennen ja Leute, die schreiben dann doch ganz konstruktive Kritik in der Hinsicht, ne? Die setzen sich dann hin und schreiben, Ja, du blöde Stück, warum du das? Und dann gibt es die Idee mit guter Kritik, du musst es noch besser vor Katzen verstecken. Ja, genau. Das ist das noch bessere Kritik. Blauli hat es genau im Schädel, was ich meine mit guter Kritik. Ja, gerne. So, Strings sind auf jeden Fall genug. Für immer. Das waren zwei gute Folgen. Ja, außerdem Leute, muss man dazu sagen, dass wir jetzt mit Botania angefangen haben. Dafür einen herzlichen Glückwunsch bei der Leute. Wo denn? Hast du hier unten hier angefangen oder drüben? Ich habe an dem unnötigsten Platz überhaupt angefangen damit. In unserem Raumschiff. In unserem Raumschiff. Ja, ehrlich? Ich habe geraten. Ich habe in unserem Raumschiff damit angefangen. Klapp, klapp. Ich habe mir hier eine Wiese gemacht und jetzt war ich hier drin, in Botania. Schön, dann, das freut mich. Dann würde ich sagen, Leute, war es das mit der heutigen Folge. Guckt bei Katze und Miri vorbei, was die so gemacht haben. Also Miri war ja bei mir, aber Katze hat komisches Zeug gemacht. Der meint eine Enderlily. Sehr schön. Eine Enderlily. End of Lay meine ich ja, Entschuldigung. Enderlily. Das ist bei dir. Gut, dann, Leute, bis zum nächsten Mal. Und bleib schön feurig. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017